Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, ich bin Saja Odo, wir sind zurück bei DiscoEquidium. Eine weitere Frage, ich bin nicht ganz sicher, was wir zu tun haben. Wir haben die meisten Sachen erledigt, wir müssen jetzt auf Kim warten, um in einige Dinge zu sagen, bevor wir weitermachen. Deshalb werden wir jetzt mal hier reingehen und nochmal mit der Würfelmacherin reden, weil die hat ja gesagt, wir sollen in ein paar Tagen wiederkommen, weiß ich nicht, und uns den Würfel abholen. Dazu, ich muss mal kurz das Journal an, Josh Koch machte, Close the Water Lock OK. To get to the Ghost you need to use the panel It's been blocked, pending repairs, which should be done by Wednesday morning. Ah, das können wir nachher machen. Aber wir können zuerst mal die Würfe holen. Wir könnten die Würfe holen. Aber zuerst die Würfe. Vielleicht sollten wir außerdem... Kühlschrank ohne die Leiche. Ja, ja. Und es gibt noch etwas anderes, was ich unbedingt machen möchte. Und zwar... Ich möchte einen neuen Fault starten. Das machen wir vielleicht, bevor wir noch mit ihr reden. Oder nein. Reden wir zuerst mit ihr und dann machen wir das mit dem Fault. Wo geht's zu der Tante? Ich glaube darauf. Geht's da irgendwo hin eigentlich noch? Nein, schaut nichts aus. Ups, was ist das? Der Floorboards Creek. Das bedeutet, dass wir vielleicht irgendwas darunter. Oder wir fallen durch. Über kurz oder lang. So. Die Dice-Makerin. Ah ja. Das ist eine Probe, die wir nicht schaffen werden. I came back to pick up my die. Puh, ganz schön teuer. Für einen Würfel. Ah, das ist ein Würfel. Cursed Ilmaran Die. Das ist schön. Er ist verflucht auch noch. Hm, gehen wir hin. Die Erfahrungspunkte. Und sieben. Und sieben. I read the phrases. What is this? Cast the Cursed Die. Ja, das passt. Roll the Die again. Das könnte einiges erklären. Das ist gut, das ist gut. Danke, Conceptualization, für diese nicht gerade, ja. Sie sagen, dass die Endresulte nicht wichtig ist. Das ist mega cool. Aber kann ich einen, der tatsächlich funktioniert? Das ist gut. Hm, was ein Relief. Das ist so depressing. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ah, wir sind gut. Dieses Spiel ist nicht lustig. Das ist eigentlich ziemlich deprimierend. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das war eine teure Angelegenheit. Ich glaube, das war eine teure Angelegenheit, um einen Angelegenheit zu machen. Oh, aber dafür haben wir jetzt ein Plus Zwei. Cast the Cursed Die. Na, schau an. Why hasn't her Business Failed? Hm. Das heißt, wir haben Plus Fünf und wir müssen 14. Das heißt, das muss neun oder mehr sein. Naja, wir können das mal ausprobieren. Was soll schon passieren? Hm. Start taking off your clothes. Connect. Leave it at that. Hm. Das könnte man schlecht auffassen. Wir nehmen. Das heißt, das ist einfach zu machen. Das ist einfach. Ist es nur mir, oder ist es hot in mir? I'm trying to lower my body temperature as part of this special technique I have. Never mind, that was a terrible idea. I think I'm trying to lower my body temperature is good. Is it just me? Is it hot in here? Okay. Never mind, that was a terrible idea. I have more questions about this building. Habe ich das? Actually, I don't have... Okay, leave. In Wirklichkeit interessiert mich das gar nicht. Okay. Item. Die. Oh, er ist 60 Cent wert. Wow. This spherical die with an octahedral cavity and small internal weight will settle with one of the six phrases phasing up. What is indifferent? Take all. lose all 50-50 nothing happens and pale. It's made of bog oak pearl coloring it's mean wall and black note. Look at the map tab in journal to see which white checks have opened. Ah. Haben wir damit was geöffnet? Das ist nicht offen im Mirror. Das brauchen wir nicht. Das haben wir schon. Policeman Cloak Trash Container haben wir auch schon offen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da keine Probe mehr ist. Das haben wir auch geschafft, oder? Ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe dieses dieses Dings nicht. Dieser Found White Toes on White I am able to try now. Okay. Aber die meisten von denen existieren nicht mehr. Weil ich habe das auf eine andere Art und Weise gelöst. Na, das vielleicht. Mordetor Barbell Ice Cream Maker Ich kann mich an all das nicht erinnern. Wo soll das gewesen sein? Am Eingang vielleicht? Wegen all dem Geld sind wir unvorsichtig geworden. Das ist nicht gut. Ich weiß, ob wir je wieder Geld drauf treiben können. Ist da hinten auch irgendetwas? Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Tatsächlich, wir haben 10 Cent gekriegt. Side of window People's feet shuffling by on the street. Was ist das? Haben wir das schon? Hab ich das schon gesehen? Mehr Geld. Und Nofaset nicht schnell. Okay, das wird das. Hätten wir das auch erledigt gehabt. Ja, dann schauen wir mal, ob das Paneel schon funktioniert. Und stecken wir das wieder ein. Und nehmen wir dafür, dass da wieder raus. Abortional authority. Wenn man Inland Empire haben kann. Komm schon. Auf, Harry. Okay. 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 Da ist der Wärm hier. Schöpfer, so auf. Neuro. Pull the lever. Again. Lieber. Jetzt können wir da rüber gehen Cool So, wir haben wenig Geld an Radio Relay Hams, wo fährt ich Okay Okay Ah ja, stimmt Ich wollte ja eigentlich Ich wollte ja eigentlich Wieder etwas erledigt Wir haben so viele Skill Points Das heißt, wir sollten da ruhig noch was öffnen Die meisten von denen bringen ja doch was So, wir haben hier nämlich noch ein paar Dinge Wir haben Rigorous Self-Critique Können wir nur sein Strickle cables run overhead And the bell collector draws Across them Like a musical instrument She's standing At the rear window Holding onto the rail A spring coat Waving at you Okay Das ist etwas zu meiner Vergangenheit Wir hätten sechs Stunden sehen Minus eins auf Autorität Und Hand-Eye Coordination White Mourning White Mourning White Mourning See yourself from a bath You passed out on the blue tiles of the Hustle room floor Even from the distance You can see your eyelids A dimension of what Great white object Letting out its sweet smell Like a lily of the valley The little man's forgotten its name But he still remembers the feeling And look He moves The feeling animates him He instinctively reaches out For the feeling's best friend A bottle of Commodore Red He puts on his disco clothes And gets smaller and smaller Das ist auch was uns auf der Vergangenheit Jamrock Shuffle Das geht schnell In einer Stunde fünf Minuten By now it's clear You like to look in Ah so Das ist das mit dem Indicons-Tenor Schauen Ja Das machen wir Schnell einfach Und vielleicht bringt das einen Bonus Wenn wir irgendwo reinschauen Oder einen Malus Wer weiß das schon So Und das Prie-Dekor brauchen wir jetzt eh nicht wirklich Hoff ich Tja Magnesium Traffic beyond the gate More More abandoned motor lorries The sign says No entry Someone scribbled an inverted R on it Und dann gehen wir rein Ah okay Vielleicht brauchen wir dafür Dieses Teil hier Ah cool Ampathy plus one Logic minus one Jamrock Like a sunnies Interesting Schauen wir mal Feel the streets Leave the reason behind For taking your hand Your harm Ryo Supersonic Out for a ride On the street Where your heart Is Okay Plus eins of M Wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht Und minus eins of logic Mag ich eigentlich nicht Das ist plus eins of logic Und minus eins of authority Hm Setzen wir diese Gläser auf Ah okay Da kommen wir nicht hin Schauen wir mal was da noch alles ist Mehr grünes Zeug Mehr Geld A breaker box To power the radio Pylon Above you Maybe there's something Inside Oh god Wir wollen mal rein Okay Good Ahead Decades Old concrete Fences Children Play on them Now Oh Auto Da bin ich erst mit dem Auto gelandet Oder da ist dieses Auto gelandet In welche Richtung ist es gefahren The creaking ahead Broken axle grinding Oh Ich hab das Auto gefunden Banked up fuel canister 11 60 Bist du der Danke empfee Nein Nein Okay Danke visual calculus So this is where all the tracks Were leading to Hm I'm most suspicious I should investigate Oh Nichts sagt Dass ich das auch versenkt hab Run your hand Over the cold metal What is the make MC Can I see a logo Yeah Well 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 Looks like Jacob Earth's Journey Came to an abrupt End here Hm Yes Yes Rub your chin Crazy recklessness Yet another case Of the engine Displacement Triumphing Over the driver's IQ Enough Clothing This is Serious Das müssen wir noch sagen How long has it been here Okay Danke visual calculus Zumindest einer von uns Mit Verstand Run your hand Over the cold metal Okay Das heißt es ist ein altes Auto What should I do Motor carriage Motor carriage Ah Logic Du bist so großartig Sit on the swing And wait for the tide Let's see Let's see Let's see Let's see wir sollten natürlich schon drama machen damals immer gut 72 prozent wir müssen ihn schafft das 6 natürlich nicht danke drama danke okay i wonder what all these people in the city behind me are doing taichu is taking its sweet time ah ok damit könnten wir wieder raus aus dem ding ja ich muss jetzt nicht oder auch nicht danke sanken motor carriage du machst es nicht besser taichu is taking its sweet time oh okay wir können das machen in der zwischenzeit was kann das gem rock das ist breakthrough imminent okay wir können uns das nicht währenddessen anschauen miss man this is taking a long time danke 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 your eyes and say is that a number on the side oh no 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 hmm not happening not on my watch please 41 could mean so many things it's not like i own the number not on the side you know you live the motor carriage is mine you live the motor carriage is mine literally anyone who is a journey to the sea oh god no yeah wir sagen das denial oh please 41 could mean so many things danke danke, thank motor courage oh god it is mine I drove my car into the sea no no that's not true okay okay we'll admit it no 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 shake your head no 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 that's not true it can't be toll alles was schief geht und alles was schlecht gegangen ist in letzter zeit war von uns haben wir gut gemacht maybe I was in pursuit of someone how do we get you okay I can fix it danke Sanken Motor Carriage du bist nicht hilfreich they are not gonna take me back after this are they batch the gun and now this maybe I was in pursuit of someone danke well at least I can see what's in here now vielleicht finden wir unseren batch okay okay wir machen fest einmal den guitar den jam rock okay 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 du bist nicht relativ interviewing okay okay on okay we're all right to see you what do you think what do you pick up yeah and Okay, accept. Was macht es? Nun ist es from the fort. Find better loot in locked containers. Hmm. Klingt okay. Lassen wir Items. Ah, wir haben ja auch noch das Ding. A dented stainless steel canister for transporting and storing heavy fuel oil. The logo on its side has been partially stripped over years of use. The government issued red dye fuel oil inside. Looks like paint. A photo. It smells much, much worse. Ah, rote Farbe für unser Kunstwerk. Ah, großartig. Und wieder etwas geschafft. So. Na dann. Schauen wir jetzt nochmal da rein. Wir haben einen Batch gefunden. Und eine Commander Chuck. Commanders Chucket. Wir sind so großartig. Das kann die plus eins auf Esprit Core und plus eins auf Visual Calculus. nicht schlecht. Nicht schlecht. Und wir haben einen Batch gefunden. Oh, Gott. Wir schauen die ung aus. Auf diesen Batch. Thick blue piece of acrylic covering a thin leaf of paper with the officer's name and rank on it. Next to the writing, you see a man stare back at you. A younger version of you. Already disintegrating inside, but still presentable on the outside. Wir haben einen Ausweis. Yay. Wir werden nicht jetzt intact mit ihm, weil time is up. Wir werden noch dieses grüne Ding anschauen und uns 10 Cent verdienen. A bottle drained of all the juice is thrown into the ice. Oh, cool. Okay. The ice just off the coast cracked and it's shifting. Gut. Es ist 15.50. Footprints in the snow, they lead away from the accident. Oh. Wir sind also in diese Richtung gegangen. The underside of the boat has recently beaten taut. Okay. Ah, so viele neue Sachen. Noch mehr Schiff. There's a boat tucked away underneath the top of the cover. Okay. Okay. Wait. What would I be doing under there? Oh. Danke, Visual Calculus. Vielleicht können wir hier übernachten statt dem Dings im Worlding in Rags. Das kommt bei mir auch billiger. Great news then. I do need somewhere cozy. Danke, Visual Calculus. Okay. Okay. Ach, das ist so großartig. Danke. Gut. Wir werden hier Schluss machen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis später. Bis euch.